bismillahirrahmanirrahim Freunde, willkommen zu einer neuen Folge heute. Wir haben gerade trainiert. Ich habe vergessen, davor aufzunehmen und so, aber ich werde ein paar Schnitte einblenden. Im Hintergrund ist Jack und ganz hinten ist der Dark Dark Hunter. Ja, wir gehen jetzt zu meinem Onkel, zu Jack und werden da was geiles vorbereiten. Das werdet ihr dann später Tage und so werdet ihr sehen, was da auf euch zukommt. Und ja, vielleicht filme ich dann noch, was wir so ein bisschen machen. Ansonsten sehen wir uns gleich wieder. Ciao. Gute Geweile, Kölava, Wrestling Tigers, Karl-Heinz ganz kurz. Du hast so viele Athleten aus so vielen Vereinen. Alle drei, er ist Bundesliga. Was sagst du dazu? Alles mein Bube. Heute wieder Essen bei Jack. Käse, Butterreis mit Oliven. Heute wieder Essen bei Jack. Käse, Butterreis mit Oliven. Alle Arbeiten hier. Dark Dark Hunter. Servus. Jack Breaker. Jack Breaker am Start. Und ich arbeite hier auch. Halt nur auf Blatt. Ja, als Rechner kriegt der einen 40 Jahre alten einen 8-Bit-Rechner. Damit kannst du deine Textverarbeitung machen. Ja, dankeschön. Super, top. Ja. Guck mal, die kriegen hier so zwei Bildschirm. Top-Ausstattung. Top-Ausstattung und ich krieg nur Blatt und Stift und CPC. Ja, Freunde. Wir sind auf jeden Fall an einem großen Projekt am Arbeiten. Ja, das wird ein riesen Ding. Freut euch drauf. Und ja, das war's mit dem Video. Das war's vom Tag. Dann bis morgen. Ciao.